Oh, schlecht. Nicht schön. Ah! Habt ihr das gesehen? Direkt nebenbei mir. Slender? Nein. Nein. Aus. Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Slender The Arrival. Ja, Slenderman ist, musste gehen. Ja gut, sind auch schon ein paar Tage vergangen. Ähm, ja, dann wollen wir mal weitermachen. The Eight Pages. Jetzt geht's schon auf dem Originalen zu. Ja, und die beste Möglichkeit, dass er mich schon erwischen könnte. Auch davor schon die Möglichkeit, aber jetzt noch größer. Wegen dem Originalen. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da geht's raus. Und dann sammle ich mal Zettel. Da muss man jetzt diesmal nicht überlegen, sondern einfach nur weglaufen und sammeln. Sammeln. Geht jetzt aber nicht dazu, oder? Was, 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 was. Yo. Ja gut, den Zettel habe ich noch nicht aufgesammelt. Und jetzt ist nicht so die Chance, dass er kommen könnte, eigentlich erst beim ersten Aufsammeln. Kann aber auch schon sein, dass er jetzt schon da ist. Das ist ein Zettel. Im Wald. Jetzt geht schon die Musik los. Das wird sicher noch ganz böse enden. Ich glaube, was da drauf steht, muss ich auch befolgen. Wenn da zum Beispiel steht, can't run, darf ich nicht rennen. Weil sonst besteht schon mehr die Phase, dass er nicht kriegen kann. Aber jetzt darf ich ja noch rennen. Das ist ein schönes Häuschen. Schöner Ort für eine Sackgasse, oder? Das liegt nicht ganz rein. Oder doch. Hier sieht es nicht so nach einem Zettel aus. Vielleicht außen. Vielleicht außen. kann's run. Jetzt hat er nicht mehr rennen. Oh oh. Ganz recht. Nein! Das ist jetzt. Oh. Wo waren wir jetzt? Garant bin ich auch nicht. Ja. Scheiß drauf. Jetzt darf ich ja wieder. Weißer Richtung, oder? Hä? Weißer Richtung, oder? Wo kam der jetzt her, ey? Hey. Würde ich auch mal zugehenden wissen. Was ist das wieder? Hey. Das ist aber nicht normal, oder? Uff. Also vier hatte ich schon. Oder fünf. Ich weiß nicht mehr. Hm. Letztes mal zugehenden. Da. Can't run. Scheiße. Nullist Club. Jetzt geht schon wieder los. Don't look or it takes you. Anschauen darf ich's auch nicht. Da ist er schon. Nein, ich schau dich nicht an. Also ich persönlich hab's noch nie geschafft, alle acht aufzusammeln. Vielleicht wird das das erste Mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal alle acht aufgesammelt habt. Jetzt hab ich schon drei. Ganz wie raus hier. Wie gesagt, schöner Ort für eine Sackgasse, ne? Und schöne Sackgasse, um zu sterben. Und ein schöner Tod, um zu verlieren. Los Angeles. Schau dir das. Mach das, Schach. 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 So, ich will es jetzt mal unter den Schaffnissen schaffen. So, ich weiß, ich darf nicht rennen, aber anders. So, das geht es ja nicht, wenn es schon bei mir ist. Schaut irgendwie aus wie eine 7, die 4, oder? Wie schön wäre es. Ja, jetzt wieder ein Zettel. Oh, nee, das wäre sie jetzt nicht. Aber noch 3. Wünscht mir Glück. Ja, das wäre sie nicht. Ja, da war ich letztes Mal. Was kommt jetzt? Leave me alone. Oder was stimmt da? Leave me alone, oder? Das sieht schon eine Gänse aus. Nur noch zwei Zettel. Nur noch zwei Zettel. Oh. Schlecht. Nicht schön. Ah! Habt ihr das gesehen? Direkt neben mir. Slender? Nein, nein. Aus. Ist unbedingt schaffen. Unbedingt. Unbedingt. Steht da schon wieder. Ich hab echt keine Hobbys. Ich hab echt keine Hobbys. Zettel. Jetzt ist die Kacke aber schon am Dampfen, ne? Komm, ein Zettel. Ein Zettel. Im Haus war ich ja schon. Nein. Slender? Nein. Berück dich. Ah! Scheiße, ey. Nur noch ein scheiß Zettel. Komm. Da ist was. Zettel! Der Achte. Ich hab alle acht. Was kommt jetzt? Was ist jetzt los? Äh. Es passiert nichts. Ich hab alles ohne meine Hilfe. Halt! Jetzt muss ich was machen. Scheiße! Was ist mit dir los? Hä? Leer, ich verliere jetzt. wenn ich jetzt weiter oder ich verloren loading ich habe es geschafft geschafft tages licht tages licht das war jetzt aber auch schon ja ich glaube das nächste kapitel oder gut dann würde ich sagen danke fürs anschauen bitte like dieses video kommentiert wenn ihr wollt abonniert unseren kanal wenn ihr mehr sehen wollt jo dann bis dann tschau